Yes! Ich habe es hinter mir. Ich habe meine X gemacht. Danke euch, dass ihr mir geholfen habt. Ich bin überglücklich und jetzt geht die Party erst richtig los. Ihr habt entschieden, ich bin bei der Piratenpartei heute Abend und ja, da geht es richtig ab. Jetzt gibt es die erste Hochrechnung. Wie sieht es aus? Kannst du es mir erklären, wie es aussieht? Ich glaube, irgendwas um die 2,5 oder 2,6 Prozent für die Piraten. Das heißt jetzt für euch? Das heißt, wir wollen es weitermachen. Weitermachen? Ja. Wie sieht das Weitermachen aus? Naja, also nächste Woche erstmal die Plakate abhängen und wir haben morgen glaube ich noch eine Pressekonferenz. Dann werden wir wahrscheinlich alle erstmal kurz ein bisschen Urlaub machen, zu Gräften kommen und dann geht es weiter. Also wir sind jetzt schon dabei, die Europawahl vorzubereiten. Leute, 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 was für ein Wahlabend, oder? Und wie findet ihr das Wahlergebnis? Wie habt ihr gewählt? Sagt es mir hier in den Comments. Und danke erstmal, danke an euch, dass ihr mir so fleißig geholfen habt auf fixoscarx.de, dass ihr meine Datenrätsel gelöst habt. Und übrigens, die bleiben auch weiter für euch transparent online. Ihr könnt einfach weitermachen. Und danke auch an das Du-Hast-Die-Macht-Team. Ihr habt mich die letzten Tage, Wochen, Monate begleitet. Großer Einsatz. Vielen, vielen Dank dafür. Und wichtig, Leute, weitermachen. Mit dem X ist jetzt nicht zu Ende. Weiter politisch bilden. Wissbegierig bleiben. Ganz wichtig. So, ich mache mich jetzt auf den Weg, denn ich muss nach China. Zurück nach Hause. Ich habe gehört, die haben da noch so ein kleines Problem mit der Demokratie. Die können mich gebrauchen. Also, euer Oskar X. Sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo? Was steht denn da drauf? Eins. Null.